Nachdem schon am gestrigen Tag viele Transfers vermeldet wurden, konnten die großen Fußball-Clubs auch am heutigen 17. Januar einige hochkarätige Deals über die Bühne bringen. In der folgenden Liste wurden die prominentesten Vereinswechsel aufgefasst. Markus Sudner kehrt nach einer bisher eher glücklosen Zeit bei Premier League-Club Breiten und Hof Albion in die Bundesliga zurück. Der 31-jährige Österreicher, der vor allem durch seine Standard-Stärke-Bekanntheit erlangte, wird die restliche Saisons auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf verbringen. Seitdem Frenzul die iberische Halbinsel verlassen hat, geht es in der Karriere des ehemaligen Real Madrid-Aktors nur noch bergauf. Nach drei erfolgreichen Jahren beim niederländischen Erstliga-Club Willem II Tilburg wagt der 26-jährige Mittelstürmer nun den Schritt zu Dynamo Kiew, wo er auch die Gelegenheit bekommen wird, sich in der Europa League zu präsentieren. Angeblich musste der ukrainische Top-Club für die Dienste von Suhl 3,5 Millionen Euro überweisen. Moussa Dembele galt in den vergangenen Jahren als absolute Stammkraft bei den Tottenham Hotspur. Der 31-jährige Belgier kokettierte aber schon im vergangenen Sommer mit einem Abgang, um einen lukrativeren Vertrag zu unterzeichnen. Diesen Wunsch erfüllte er sich nun mit einem Winterwechsel zum chinesischen Erstligisten Guangzhou R&F, der an die Londoner über 12 Millionen Euro als Ablösesumme transferierte. Für stolze 11 Millionen Euro hat der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart die mutige Entscheidung getroffen, Dan Kabak von Galatasaray Istanbul zu verpflichten. Der 18-jährige Innenverteidiger verbrachte zwar die bisherige Süperleague-Saison als Stammkraft beim türkischen Top-Club, es bestehen jedoch weiterhin Zweifel, ob er eine sofortige Verstärkung und nicht nur eine perspektivische Verpflichtung darstellen kann. Kabak soll Benjamin Pavard, der im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, langfristig ersetzen. Kiko Kassela hat nach dreieinhalb Jahren keine Lust mehr auf die Rolle des Ersatzkeepers. Am heutigen Donnerstagabend verabschiedete sich der 32-jährige Spanier von Real Madrid, um beim Tabellenführer der zweithöchsten Liga Englands anzuheuern. Bei Leeds United hat Kasseler einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben. Bei Leeds United hat Kasseler einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben.